In Teil 2 der Irland-Dokumentation geht es um... Also Irene und ich sind jetzt hier unten im Kellerbereich, wo wir uns was aufgebaut haben. Wir wollen mal gucken, was hier passiert. Wir sind aber nur zu zweit hier unten. Man hat hier wohl schon einige Sachen gesehen, Schritte, etc. Ja, wir wollen jetzt einfach erstmal starten. Ja, wir wollen jetzt hier unten.